Herzlich Willkommen zurück bei DSO6. Ja, hier ist jetzt das äntere Kapitel, die von Lebu. Und wir facken nicht weiter. Wir gucken jetzt direkt an, wie der abgeht. His preeminent general, Lebu, participated in a plot with the beautiful Giaochan to slay the evil Dong Zhuo. Following this, Dong Zhuo's servant, Luo Xi, and his men overran Chang'an. Though he should be hailed as the hero who brought down Dong Zhuo, Lebu was chased from the capital he had helped save. After wandering for a time, he eventually came to Xiaopei, which was watched over by Liu Bei. Deng Zhuo, Lebu, 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 Lebu! Why? Wasn't I the one who killed Dong Zhuo? So why must I leave the capital? I failed to see the benefit in yelling about it. Besides which, are you saying that did you have some interest in remaining there? Ah, Licht in der Kapitel. Die Krieger sind weg, und was bleibt in den Duschen Hallen ist Ambition in Green. In meiner Meinung nach, es muss ein Land mehr zu dir sein, wo du dich erinnertest. Du meinst, dass ich einen neuen Weg finden muss? Eine Weg, die dich zu kämpfen und zu zeigen, deine große Kraft zu den Welt. Und, mit dieser Kraft zu sehen, alles, was du möchtest. Ich verstehe. Ich mag es. Warum nicht, wir gehen und dann machen wir es? Das erste, was wir tun müssen, ist, dass du ein Land von dir selbst finden kannst. 86 ist seine Waffe. Ich mag die Waffe jetzt gar nicht. Aber, das sieht ein bisschen blöd aus. Die sieht für mich viel, viel besser aus, als diese Waffe. Ja, aber wir müssen trotzdem den nehmen, weil ich da bin. Und, das ist ja auch schon ein eigenes gemacht worden. Ja, das ist ja auch schon ein eigenes gemacht worden. Und, das ist ja auch schon ein eigenes Gefühl, 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 das ist ja auch schon ein eigenes Gefühl. Uy, und der Bescheid ist! Oh, der Bescheid entkriegt! Oh! Eier, ist er gut! Eier, ist er gut! So, jetzt... Jetzt siehst du, dass was passiert? Oh, der Bescheid entkriegt! Bist du so auf? Oh, der Bescheid! I feel very good! Oh, der Bescheid! Oh, der Bescheid! I have a comfort in Epp! Ich kann auch einen Bezug aufhalten, einen Bezug aufhalten! Das ist wirklich toll! Das ist toll! Danke, Einwarsch! Mann! Das ist toll! Was ist es gut? Wir müssen die Basis attacken und die Basis für uns selbst selbst! Musik Das ist ein Klashier, Max, der wird uns begrüßen. Ah, wir glauben sie gesehen. Kannst du zurück? Es ist ein Wunderschön. Es ist ein Wunderschön, ein Wunderschön. Kuan, du! Du solltest das Wunderschön! Du bist noch stärker als ich dachte! Die Gäste werden gut vertreten. Ach, das ist Töder. Sie haben keine Ahnung, die Gäste sind. Die Gäste sind Nassimus. Wir bedanken euch für deinen Wunderschön. Kann jemand mir eine gute Herausforderung gefordert werden? Dieser Fall ist all mine. Kann anybody provide me with a decent challenge? Master Hoo-Boo, you cut such a striking figure. You inspire them to even greater help. Kann anybody provide me with a decent challenge? Yeah, we have no chance. Let's go! Can anybody provide me with a decent challenge? Can anybody provide me with a decent challenge? Can anybody provide me with a decent challenge? The others are still sleeping. Good. That gives us a moment to catch up. Such skill! It awakens me! Bravo! What's suing? Super kill! Super kill! Awww! Ede Worn sind grad'n. Das ist praktisch meistens unmöglich, dass man das überlebt. Das ist toll, wenn ich das Abwechslung bin. Das ist nicht so, es wird gut. Wir haben auch noch mit dem Abwechslung. Wir haben auch einen Verlangen, an der ich abwechslung. Das ist sehr, was ich schon wieder zurückgelegt. Untertitelung im Auftrag des WDR Das ist alles gut. Was ist denn? Was ist denn? Oh, wer haben denn da? Wer will jetzt kommen? Wer will da jetzt kommen? Oh, ich muss da weggehen. Ja. Oh, shit. Can anybody provide me with a decent challenge? Can I lose to someone like this? Zhengfei, what happened? Need my words with me. I shall not rest until my brother ends. Can anybody provide me with a decent challenge? Master Hufu. You cut me off the battle. You inspire me to even greater hype. Oh, yeah. It's no good fighting with you. Let's go. This base is all mine. Ah. None can stand against you. Master Hufu. What do you want to come for me? For my friends. For my people. For our future. I can't do this. Can anybody provide me with a decent challenge? GRP is mine! I just want to go into this place. You must be a little bit harder. You must be a little bit harder. I seek a greater future. Though you may mock it. For the sake of that future, I will flee. Can anybody provide me with a decent challenge? Challenge! Chia-P ist meine! Begone! Es gibt keine Raum für Vermin hier! Es gibt niemanden, die vor mir stehen können! Ganz ehrlich, ich will nicht so gerne die Rufe anwählen! Sie müssen sie nicht nachdenken! Sie werden wieder zurück und versuchen, uns wieder zu retten! Sie werden wieder zurück und versuchen, uns zu verbessern! Ich bin nicht interessiert, was solche Schwierigkeiten tun! Aber nur noch etwas zu tun! Sag mir, was geht's von diesem Land? Ich glaube, es sollte sich nicht weitergehen. Es gibt keine Möglichkeit, ich glaube, diese Zeit zu gewinnen. Wir werden Krieg über die Chaos, das das Krieg in unsere Land bringt. Ja, meine Freunde, das war's mal wieder mit Dinosaur 6. Wenn ihr nächste Folge anguckt, gucken wollt, wartet zwei Tage. Und dann habt ihr neue Folgen. Dankeschön fürs Zugucken und wir sehen uns nächste Folge. Tschau, tschau.